Das Kaufen und Verkaufen einer Immobilie kann so einfach sein. Oder etwa nicht? Im Spiel nehmen Sie Risiken leichter in Kauf. Ärger ist schnell verflogen, selbst wenn Sie Ihre letzte Karte verspielt haben. In der Realität bekommen Sie selten eine zweite Chance. Wissen Sie, was Sie beim Verkauf einer Immobilie beachten müssen? Wie Sie den Wert Ihres Eigentums ermitteln? Und beim Käufer den besten Preis erreichen? Auf welche Paragraphen Sie achten müssen? Lassen Sie sich mit den Antworten Zeit. Oder fragen Sie uns. Unsere Immobilienfachleute bei der LBS Bayern im Regierungsbezirk Oberbayern unterstützen Sie und helfen Ihnen dabei. Neben unserer Verbundsstärke als LBS, eben Immobilien und Finanzierung aus einer Hand anbieten zu können, ist es mir wichtig, für Sie auch einen Extraschritt zu gehen. Also besondere Einsatzbereitschaft und ein persönlicher Kontakt zu Ihnen als Verkäufer. Das ist etwas, was für mein tägliches Handeln sehr wichtig ist. Der Regierungsbezirk Oberbayern hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Wegen seiner Nähe zur Natur und den Bergen ist er eine beliebte Wohngegend geworden. Immobilien stehen hier hoch im Kurs. So haben im letzten Jahr mehr als 175.000 Interessenten Anfragen bei den Sparkassen und Außendiensten der LBS gestellt. Der Immobilienumsatz stieg um satte 16 Prozent. In München sogar um 25 Prozent. Wir sind seit über 30 Jahren der größte Privatimmobilienmakler Bayerns. Und bilden letztendlich unsere Mitarbeiter in diesem Segment auch sehr umfassend aus. Und vertreten das Gebiet bei mir in der Region Oberbayern-Südost in über elf Standorten. Und sind damit natürlich auch sehr nah am Kundenraum. Im Jahr wechseln in Bayern mit unserer Hilfe weit über 10.000 Immobilien ihren Besitzer. 1,5 Millionen Kunden vertrauen auf die Leistungen der LBS Bayern. Die Beratung war persönlich umfassend und kompetent. Das Exposé sehr professionell. Alles, was vereinbart und versprochen worden ist, wurde eingehalten. Vielen Dank. Ich wurde regelmäßig über den Stand der Verkaufsbemühungen informiert. Der Makler hat sich selbstständig immer wieder mit dem Mieter verständigt, sodass ich mich um nichts kümmern musste. Diese Leistungen erwarten Sie. Objektbesichtigung und Aufbereitung der Unterlagen. Die LBS im Regierungsbezirk Oberbayern. Jetzt anrufen und Beratungstermin vereinbaren.